Waldsassen ist eine Stadt im Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth und kulturelles Zentrum des Oberpfälzer Stiftlands. Sie ist eine von 13 sogenannten leistungsfähigen kreisangehörigen Gemeinden in Bayern. Geografie Die Stadt liegt eingebettet zwischen Kohlwald und Oberpfälzer Wald im Tal der Wondreb. Die tschechische Stadt Tscheb ist 10 Kilometer von Waldsassen entfernt und über den Grenzübergang Hunsbachs Vatikritz zu erreichen. Waldsassen ist die nördlichste Stadt der Oberpfalz. Waldsassen hat 21 Stadtteile. Geschichte Die Anfänge Waldsassens gehen zurück bis vor das Jahr 1133. Am 1. Oktober holte Markgraf die Polt III. Von Wurburg kam Mönche aus Volkenrode in Thüringen, um das Kloster Waldsassen zu gründen. Vermutlich ausgehend von einer bereits bestehenden Eremiten-Kommunität um einen sonst nicht belegten Gerwig von Vollmerstein. Waldsassen entwickelte sich in den nachfolgenden Jahrhunderten zu einem der bedeutendsten Zisterzienser Klöster Bayerns. Ab 1214 Reichsabtei geriet das Kloster im Spätmittelalter unter pfälzische Herrschaft, nachdem es 1465 Pfalz Graf Otto II. von Pfalz-Moosbach-Neumarkt zum Vogt gewählt hatte. 1571 wurde das Kloster vom pfälzischen Kurfürsten im Zuge der Reformation aufgehoben. Lange Zeit waren die Klostergebäude die einzige Ansiedlung. Erst um das 17. Jahrhundert entstanden außerhalb des Klosters die ersten Häuserzeilen, errichtet in Form einer Rasterstadt durch zugewanderte kalvinistische Tuchmacherfamilien. Infolge der Rekatolisierung ab 1621 kamen 1661 erneut Zisterzienser aus dem Kloster Fürstenfeld nach Waldsassen. 1690 wurde das Kloster wieder zur Abtei erhoben, 1803 jedoch im Zuge des Reichsdeputationshauptschlusses erneut säkularisiert. 1865 wurde die Eisenbahnlinie Wiesauiger eröffnet. Für Waldsassen bedeutete dies einen industriellen Aufschwung. 1896 verlieb Prinzregent Luitpold dem Markt Waldsassen die Stadtrechte. Die Einwohnerzahl war inzwischen auf fast 4000 angewachsen. 30 Jahre zuvor war die erste Porzellanfabrik gegründet worden, der in den darauffolgenden Jahren eine Klinkerfabrik, ein Ziegelwerk und die erste Glashütte folgten. Einen starken Bevölkerungszuwachs erlebte Waldsassen nach 1945, als viele Heimatvertriebene dort ein neues Zuhause fanden. Die Bevölkerungszahl stieg sprunghaft von 5300 auf 7800. In den darauffolgenden Jahrzehnten entstanden neue Stadtteile, die das Stadtbild beträchtlich veränderten. Eingemeindungen im Zuge der Gemeindegebietsreform wurden am 1. Januar 1972 die bis dahin selbstständige Gemeinde Querenbach und Gebietsteile der aufgelösten Gemeinde Kondrau eingegliedert. Am 1. Juli 1972 kam Münchenreuth hinzu. Weitere Eingemeindungen Politik Der Stadtrat besteht aus 20 Mitgliedern, die sich nach der Kommunalwahl am 16. März 2014 auf die Parteien und Wählergruppen wie folgt verteilen. CSU 10 Sitze SPD 7 Sitze FWG 3 Sitze 1. Bürgermeister 2. Bürgermeister 3. Bürgermeister Blasonierung In Silber auf grünem Boden und vor grünen Bäumen stehend ein silbern gekleideter Abt mit silberner Mitra und einem goldenen Abstab in der linken, die rechte gestützt auf einen vor ihm stehenden goldenen Schild, darin eine blaue heraldische Lilie. Das Wappen ist seit 1693 bekannt. Städtepartnerschaften Frankreich Markuses Frankreich Vereinigtes Konigreich Penzüt Walles Vereinigtes Königreich Tschechien Produft Tschechien Bürgerpatenschaft Tschechien Produft Tschechien Kultur und Sehenswürdigkeiten Waldzossen hat sich auch über regional einen Namen als Veranstaltungsort klassischer Konzerte gemacht. In der Basilika konzertierten bedeutende Orchester und Dirigenten. Darüber hinaus finden von der Stiftung Kultur und Begegnungszentrum Abtei Waldzossen veranstaltet jährlich Musikseminare statt, von denen die internationale Orgelakademie und die internationale Singwoche im Sommer die bedeutendsten sind. Daneben findet der Chor der Stiftsbasilika unter der Leitung von Kirchenmusiker Regionalkantor Andreas Sagstetter mit seinen jährlichen Konzerten und den vielfältigen liturgischen Feiern in der Basilika großen Anklang, Bauwerke die Stiftsbasilika mit Deutschlands größter Kirchen und Klostergruft und dem umfangreichsten barocken Reliquienschatz nördlich der Alpen, ist das Wahrzeichen von Waldzassen, das Kloster Waldzassen der Zisterzienser in, Stiftsbibliothek im Kloster der ZisterzienserInnen mit ihren kunstvollen Schnitzreihen von Karl Stielb, Dreifaltigkeitskirche Kappel, ein bedeutender Rundbau des Barocks, Bruder Klaus Kapelle im Ortsteil Harzenreuth, Stiftlandmuseum mit seinen Sonderausstellungen, Liste der Baudenkmäler in Waldzassen, Vorderansicht der Basilika, die Stiftsbasilika, Bruder Klaus Kapelle in Harzenreuth, Spiegelung im Stadtpark Weyer, Parks an das Kloster angeschlossen ist der zum Naturerlebnisgarten umgestaltete Garten der ZisterzienserInnenabtei, der von der Stiftung Kultur- und Begegnungszentrum Abtei Waldzassen betrieben wird. Der Garten war eine Außenstelle der grenzüberschreitenden Gartenschau 2006, Marktredwitz-Eger, Sport-E-Grenzesbad, städtisches beheiztes Freibad, Hallenbad, Turnhalle, mehrere Fußballplätze, Tennisplätze, Asphalteisstockbahnen, mehrere vollautomatische Kegelbahnen, Skianlage mit Lift, Flutlicht und Beschneiungsanlage, Schießsportanlage, Reitturnierplatz, Wirtschaft und Infrastruktur. Der Bahnhof Waldzassen an der ehemaligen Bahnstrecke Wiesauiger ist stillgelegt. Der Radhersteller Ghost hat seine Verwaltung und Montage in Waldzassen. Die Waldzassener Glashütte Lamberts stellt unter anderem echt Antikglas für Kunstverglasungen her. Einzigartig war auch die Holzperlenherstellung der Firma Stieb, die seit 1912 in Waldzassen ansässig war. Der Betrieb, der in den 1990er Jahren die Produktion einstellte, fertigte bis zu 90 verschiedene Perlensorten, die mit einer von der Firma entwickelten speziellen Technik und Farbe lackiert wurden. Ein trauriges Kapitel der Industriegeschichte ist der Niedergang der Porzellanindustrie in der Stadt. Während in den 1960er Jahren noch zwei Porzellanfabriken das weiße Gold herstellten, ist dieser Industriezweig mittlerweile ganz aus Waldzassen verschwunden. Das Bauunternehmen Franz Kassecker GmbH hat seinen Sitz in Waldzassen. Als Beitrag zur Industriegeschichte etablierten etwa 30 Oberpfälzer Gemeinden die Bayerische Porzellanstraße, zu der auch Waldzassen gehört. Öffentliche Einrichtungen Kliniken Nordoberpfalzer AG Krankenhaus Waldzassen Bildungseinrichtungen Realschule im Stiftland Mädchenrealschule der Zistertschens R.N. Mittel- bzw. Hauptschule Waldzassen Markgraf-DiePolt-Schule Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Karl Stieb Bildhauer Philipp Mutwon, Baumeister Josef Pösse, Bayerischer Landtagspräsident, geboren in Pechtnersreuth Josef Bayerlein, Schriftsteller Michael Döbal, Historiker, Professor für Bayerische Landesgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München Walter Stang, Reichsamtsleiter im Amt Rosenberg und Mitglied des Reichstags Otto Freundl, Landrat und Landtagsabgeordneter Anton Schreieck, Lyriker und Buchautor Wolfgang Gaghorn ist Mitglied von German Brass, Professor an der Hochschule für Musik und Theater München Werner Fritsch, Theatermann und Autor Horst Kribus, Bürgermeister von Loma Matthias Hamann, Fußballspieler und Trainer Gerald Selch, Journalist Florian Gagg, Regisseur Dietmar Hamann, Fußball-Nationalspieler Weitere mit der Stadt verbundene Persönlichkeiten Georg Dienzenhofer, Baumeister Blasius Kurz, Franziskaner und katholischer Bischof Abraham Leutner, Baumeister